hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft revolution und hier sind schon mal ein paar platten durchgelaufen ich habe schon mal was vorbereitet genau hier werden wir jetzt heavy duty plates herstellen jetzt gucken wir mal haben wir noch irgendwas zum heavy duty plate aluminium und stahl und bronze aluminium und stahl hier ein bisschen zu viel von aber sonst sieht eigentlich relativ gut aus würde ich sagen gut dann machen wir hier mal unsere heavy duty plates und so lange machen wir wie angekündigt hier bei unserem raketen silo weiter das ist eine sache die möchte ich definitiv nicht fertig machen so 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 auch hier natürlich schön alles okay hier ist eine hülle die interessiert uns aber nicht die bauen wir gleich dazu wer existiert quasi gar nicht xp abgegrast aber sonst könnten höchstens ausleuchten die wir haben kein licht dabei okay dann nicht so wlan haben wir das letzte mal hier ein bisschen erweitert das heißt damit sollte schon mal kein problem haben den ganzen kram brauchen wir nachher noch das brauchen wir eigentlich auch gerade nicht laboratory blogs ja ein paar haben wir noch das sind so die sachen bilders wand die natürlich passieren können wenn man nicht aufpasst so machen also und ende was laboratory blogs wo wir haben auch keine mehr krass laboratory blogs wo wir haben auch keine krass mehr das ist schlecht ich dachte irgendwie gerade so ja also kein problem wir haben über eine millionen meter ah falsches projekt so das sind jetzt eigentlich nur noch gut es ist früher es ist nicht mehr so weit wie wir müssen wir müssen eigentlich sogar mit den laboratory blogs nur bis hier und insgesamt bis da darüber ist ja tarnung so 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 da rein da rein da rein da rein so aber da integration da man nur hier und vielleicht reicht das sogar soll es müsste sogar höher Oh das ist jetzt super. Das ist sogar zu weit. Gut dann Factory Blocks, kommen natürlich auch rein. Hier haben wir zu viel weg gebaut, hier kommen wieder Factory Blocks rein, ui, da muss ich auch gleich welche nachcraften, 1, 2, 3, ja das wars dann auch schon, aber das ist nicht so schlimm denn wir können ja hier mal kurz das Zeug hier rausnehmen. Hä, warum hat der nicht weiter gemacht? Egal. So. Äh, und zwar das und das war das so, das war so zack zack. Dann machen wir mal Tier 2. Tier 2 läuft, das ist schon mal gut. Ah, Factory Blocks. Und das braucht glaube ich nur Eisen und davon haben wir 200.000 Factory Block 1, 2, 3, 4. 4 Stacks sind auch mehr als ausreichend behaupte ich mal. Jetzt im Nachhinein denke ich mir gerade, ich hatte genug Factory Blocks im System ne. noch über oder noch fast 200, sagen wir mal so. Egal. Ähm, so, einmal hier hoch und einmal hier hoch und hier rüber und einmal hier hoch. Ja, bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Haben wir noch Arc Lamps 5, ok. Ähm, so, ja so ist viel besser. Ohne so komische Schatten. Okay, hier den ganzen Müll mal mitnehmen. So. Zack, zack. Okay. Das ist auch weg. Gut. Hm. Ähm. Habe ich eigentlich ne Startplattform. Ähm. Ne. Wir brauchen noch ein Launchpad. Wir brauchen noch viele Launchpads. Und Teleporter. Launchpad. Machen wir mal eins. Teleporter. So. Teleportation Cores. Können wir aber glaube ich auch noch so 5 machen. Jawohl. Dann machen wir noch schnell 5 Teleporter. Wir brauchen ja doch den ein oder anderen Planeten. Man kann die nicht stacken. Ok. Egal. Mal. So. Was sagen die Platten. Sind alle am worken. Aber wir haben jetzt noch freie Kompressoren. Das heißt wir können uns hier schon mal welche rausmopsen. Und hier mit Dash zusammen machen. So. Was war das Tier 4 ne. Die Rakete. Tier 4. Genau. Da ist jetzt natürlich die Frage. Ähm. Hier brauchen wir Tier 4 Platten. Ah ja. Hier brauchen wir zum Beispiel nur Tier 2 Platten. Aber wir können es auch mit Kompress Titanium machen. Ok. Das werden wir wahrscheinlich eher machen. Das ist deutlich billiger. Heavy Duty Plates Tier 3. Aha. Gut zu wissen. Kompress Titanium. Hier brauchen wir Tier 4. Block of Diamond. Ok. Klingt bescheuert. Aber Block of Diamond ist mir sogar lieber. Als gelbe Wolle. Green Redstone Torch. Äh. Ok. Gut. Das heißt wir können erstmal die Finnen machen. Die brauchen Titanium und Tier 3 Platten. Also die hier. Wie viel Finnen brauchen wir dafür? 4. 1, 2, 3, 4. Ähm. Heavy. Ach da sind noch welche. Ach da sind noch verschiedenste Platten. Ok. Auch gut. Damit hätten wir schon mal die Rocket Finns. Was war die höchste eigentlich Tier? 8. Krass. Ähm. Tier 4. Genau. Dafür brauchen wir auch Tier 4 Platten. Können wir ja irgendwas mit anderen Platten machen. Nee. Nee. Warte. 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 Ach so. Aha. Hier in diese Cooling Tower kann man auch andere Sachen aus der. Ok. Da kann man auch. Ok. Gut. Wusste ich nicht. Ach. In der Refinery kann man Bier, Diesel und Öl. Fiu. Ok. Sachen gibts. Und. Compressed Steel. Hm. Ja. Hier noch einer frei. Ja. Wieder. So. Und so. 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 Und so. Gut. So. Das mal raus. Wo wird denn das Compressed Steel jetzt gemacht? Da. So. Eins. Oxy. Oxy. Gen. Ne. Was war das? Aha. Empty. Em. Bin ich besteuert? Empty. Hab ich doch geschrieben. Ok. Gut. Dann machen wir es halt so. So. Ach. Ein Tintkanister. So. Einmal runter. Wui. Ok. Ok. So. Und so. Dann können wir die Booster bauen. Jetzt bin ich schon gespannt wie groß die Rakete ist. Diamantblock. Zwei Stück. Tier 4. Dann Oxygen Van. Tin. Ja. Ein bisschen was drin. Ähm. So. Ich denke. Ok. Stahlplatten. Na komm. Boah ist echt ein ganz schönes Gecrafte hier. Muss man ja zugeben. Tier 4. Booster. Booster. So. Tier 4. Booster. Achja. Oxy... Tier 4. Nicht 3, 4. Bitte Tassatur. Oxygen Vent und ein Booster. Nice. Gut dann hätten wir die Booster, die Finnen. Die 10 Basisplatten. So dann fehlt noch das Triebwerk und die Spitze oder? Das kriegen wir noch fertig in der Folge würde ich behaupten. Tier 4 Triebwerk. Achso ja. Machen wir gleich 2. Wir brauchen sicher eh noch mal 1. So Triebwerk. Und dann... Nur noch die Spitze ne? Lime. Die. Redstone Torch. Green Redstone Torch. So. 1, 2, 3. Jawoll. So, zack, zack. Hm. Oh ne. Wir haben ja gar keinen Tier 4 Blueprint. Verdammt. Oh das ist schlecht. Ähm. Oh. Daran hab ich überhaupt nicht gedacht. Ach ne. Ich wollte die Rakete jetzt bauen. Hallo. Ähm. Ähm. Okay. Haben wir alles? Ja wir haben alles. Was war das denn jetzt? So. Ähm. Home. Wir haben ja noch gar keinen Planeten gefunden, der mit Tier 3 erreicht wird. Und wir bauen schon die T4 Rakete. Und wir bauen schon die T4 Rakete. Ja das war jetzt nicht so klug. Das muss ich ja zugeben. So. Einmal betanken bitte. Und dann gucken wir mal. Wie sieht es sauerstofftechnisch aus? Nicht so gut. Wenn die T4, äh. T4, äh. T4, äh. T5, die T4. T5, genau. Die Rakete. Da lädt. Ne. Wenn die Rakete da unten lädt. Laden wir mal kurz unseren Sauerstoff auf. Das ist auch immens wichtig. Lade die. Jawoll. Komm, 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 komm. So, einer ist schon mal voll. Mein Finger ist immer so angespannt, wenn du mir vollschwertläufst. Hm, das dauert wohl noch ein bisschen. Hä? Brennt da vorne was? Ne, es täuscht sich ja nur. Ne, da brennt nichts. Ne, komm, reicht. Reicht. So. Ich will zumindest noch in den Orbit fliegen. Jawoll. Alles dabei. Yo, go. Meine Güte. Na, wird heute noch was. Da geht er. Wird halt doch noch was ausgezeichnet. So, dann einmal ab in den Orbit. Wiii. Genau, weil man jetzt auch so einfach steht, ne. Ich kann mir hier noch so ein bisschen lenken, aber ich habe keine Ahnung was das bringt. Okay. Gut. Äh, Asteroiden ist Tier 3. Jupiter. Kann man eh nicht hinfliegen. Pluto ist Tier 5. Ah, Venus ist Tier 3. Alles klar. Gut Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fliegen wir zur Venus. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, n container zusammen? Nein, nünn. poop 준. rieter.